Freunde, wir sind hier bei TV Plauze, bei der Gesellschaft und Geisteswissenschaftsstudentin vom ersten Semester. Und die Tutorinnen stehen nebendran und zeigen den Leuten, wie man richtig lernt, wie man richtig studiert und vor allen Dingen, wie man sich richtig die Birne vollsäuft, Zug kippt mit Alk, ne? So, meine lieben Freunde, was haltet ihr davon? Wenn wir jetzt mitmachen und morgen mit dem ersten Flug nach Malle fliegen und es die Birne wegzaufen! Hey, was ist doch geplant heute? Was machen wir doch heute? Zaufen! Zaufen? Und was noch? Wo sind die hübschen Frauen hier? Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Die Zubikland! Ja, wo? Ja, ja! Das ist mein erster Tag in der Amtschall. Ich werde schon noch ein paar Hebschen. Ja, das war erstmal alles so schön. FINGERHIPO, MEXIKO, PARISANETEN, AUF WIDERSEHEN! FINGERHIPO, MEXIKO, PARISANETEN, AUF WIDERSEHEN! So, meine Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch allen jeden Tag einen angenehmen Aufenthalt und lasst mal richtig krören jetzt! Ja, 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 ja. Genau, einer ist drin hier, oder? Eine Hälfte, jeder von dem Mann! Einer geht auch hier! Cut jetzt!